Da? Glaub ich, jetzt würde es wieder gehen, weißt du, da so in den... Denkst du, dass es wieder Passagen geben, wo... Ich sehe jetzt keine Leiche liegen, also ich weiß nicht, wohin es ist. Da sind Zyklus. Ich bin tot. Alter, was war da jetzt? Sprengfälle wahrscheinlich. Irgendjemand andre ist ja auch tot. Was? Irgendjemand andre ist jetzt auch tot. Du darfst sich securen? Okay, die Waffe. Ich dachte, die könnte ich wechseln. Ich bin... Fuck man. Stepper da, wie viel braucht der? Das ist eine Sprengfälle. Weitlich draufschießen. Hm? Also, Musikproduzent ist auch tot. Der Offizier fehlt noch. Schauschützengewehr und totalverdächtige Haften Ava mei Was ist da? Fernseher? Was bisschen blöd ist auch, dass man zum Beispiel nicht die Waffe aufheben kann und verwenden. Gut, das sind Beweisgegenstände. Kannst du jetzt nicht mit Beweisgegenständen herum? Manzieren. Ich habe schon das Kling gehört. Ja, ich habe auch gedacht. Oh fuck. Ich möchte bitte kurz raus. Oh, sorry. Okay, ja, warte. Ich habe jetzt noch eingestartet. Ah, okay. Wer mit der Schrotz, das geht da nicht. Was geht da nicht? Ich bin gerade da, oder? Bei Wohnungskampf. Ich habe nichts, nichts offen mit dir. Ich meine, ja, okay, ich probiere es noch einmal. Wie du wirst, ich kann auch rausgehen. Ich probiere es noch einmal. Hier. Hoppe. Warte, der lebt noch immer. Ist das mich? Oh fuck. Okay, das sind drei oder zwei, glaube ich. Nein, mit dem Schub kann ich nicht umgehen, oder? Ich bin schon fast wieder tot. Was? Also wir wollen zurück. Zuerst, da sind noch welche. Links, Heuschritter. Mal rauf. Okay. Hast du eine Speigenfalle drin auf jeden Fall? Mhm. Okay, so geht's auch. Voll doch, ich wollte jetzt nicht schärfen. Okay, und? Okay, so geht's jetzt nicht schärfen. Nein, ich schärfe jetzt mal nicht. Ja. Stirbe, da trifft ich fast nicht. Siehst du, wie unterschiedlich sind? Hier sind fast alle auf den Gängen draußen. Mhm. Hier da reingebracht, oder? Ich muss mal aber nachladen. Ich weiß aber, dass jetzt weiss. Wuh! Ah, das war nicht der... Upsi! Entschuldigung, Puppe! Ach so, hast du geglaubt? Ich dachte, ich habe ihn getötet. Upsi! Was heißt das nicht? Was heißt das nicht? Ich schütte mich da. Uuuuuhh Popi? Hat's auch nicht zugestimmt? Du bist teppelt, oder? Achso, du hast nichts zum Entschärfen mit. Ruhe, aber... Da ist ja kein Risiko, aber ich versterne hinter der Tür gleich. Verstehe, spreche ich gleich mit. Ups. Ich hatte einen Nachlander zwischen mir. Ups. Upsi. Aber ich muss sein, relativ weit gekommen noch. Ja, das stimmt. Für das... Also muss ich schon sagen, da war ich jetzt bloß stolz auf mich, oder? Der hat zwei anderen anzuwenden. Minuspunkte gemacht. Ja, ich den einen jetzt, der da entgegenkommt, oder? Achso, stimmt. Das sind eigentlich zwei, ja? Du hast noch einen zweiten Kild. Oder in dem Wäscheraum, wo sich dahinter der Geisel eigentlich dann versteckt hat und auf einmal noch vorgelaufen ist. Da hat jetzt erst die Geisel getötet, wo ich dachte, ich habe eh ihn getötet. Ja. 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 Jetzt hat sich das nicht gemerkt. Weiter. Ja. 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 Ich hoffe, es sind jetzt eine bessere. Die letzten vier sind mir vor der Nasse weggeretzt. Die werden einfach nicht ready. Not ready. Was ist eigentlich der kreative Modus? Was ist der kreative Modus? Da ist vorhin gestanden, was mit kreative Modus. Muss man zeigen? Wer geht jetzt voran? Du? Okay. Put your fucking hands up! Stop our message! We need to talk. Stop that down. Talk to entry team. Roger that. Continue with your mission. Gab da eins? Oder auch nicht? Das war ein Zivilist, glaube ich. Ah nein, das war kein Zivilist. Hat er ja eine Waffe gehabt, oder? Hat er schon mal deine Beinprothese. Ja. Hätte er eine Waffe gehabt, ja. Und uns? Wo? Boah, ich bin... Mörder angehätet. Ich sehe eben gar nichts. Das steht ganz hing an der Wand. Links oder rechts? Links. Haben? Oder du? Danke. Das hat mir auch viel gekostet. Da ist einer. Hinter der Tür. Okay. Also im Raum. Ich habe ihn wert. Ich bin sehr genau dafür. Ist abgeschlossen. Dann lass mich. Und sichere du ab. Jetzt? Ja. Soll der ist nach hinten da gelaufen? Ja. Das war glaube ich nicht der. Das heißt da kann auch ein zweiter sein. Ich gehe in die Dusche ran. Ja. 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 Ist das jetzt ein bisschen verfrüht? Ja. 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 Das ist ein Schatten. Siehst du das? Wie geht es denn da? Wie geht es denn da? Ich bin hinter dir? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Hinden wir. Denken Sie mich hoch. Ja. Das ist schon besser. Mit der Waffe. Ich gehe rechts da weiter. Darfst du mal? Leute. Ich bin ein Veteran für Christoph. Ist er schon? Will ich weiter? Ja, aber wieder raus. Was? Bin wir denn hinter dir? Geht er jetzt weiter? Boah, wo waren wir da jetzt noch nicht? Links waren wir jetzt. Lass ihn mal rein. Fuck. Ich habe ihn. Boah. Du endest Gangs, aber ich sehe ihn nicht. Ich bin aber gut zum Rennen. Oh, da. Hinter mir. Dann der Hellway Fire. Ich weiß nicht wo. Boah, der hat mich schon. Hast du ihn? Nein, ich glaube nicht. Was? Du? Ich habe jetzt nicht unten durchschießen können auf seine Beine. Ich dachte, okay, aber dahinter dem räumen wir auch einer, auf den habe ich nämlich geschossen. Okay, es ist noch einer da. Pass auf, da bist du auf. Der ist eh noch da. Hast du ihn, oder? Ich glaube schon. Warte, ich mach mal. Safety first. Du das? Viel kann ich mir überlassen. Meine Arme sind schon gut. Beine gehen. Das zweite Gewehr. Super. Den Dings haben wir jetzt noch nicht, oder? Den Produzenten. Den Produzenten haben wir schon. Ja, den haben wir schon. Drei Verdächtige verhaftet haben wir nicht geschafft. Ja, wir haben alle getötet. Entry Team Attack. Civilians bleeding out. Talk reporting. Copy. Clean house and we'll take them out. So, Zivilisten haben jetzt da hinten alle verhaftet, oder? Ja. Ja. Das ist ein Sprengfalle. Ich weiß. Okay. Ich hab das mitgeschaut, dass ich mich nicht verdrück. Da hinten war... Rechts war... Rechts war irgendeiner. Das ist der, der in Gang entlang geschossen hat. Was ist eigentlich vorhin? Talk. One Suspect is down and alive. This is Talk. Medical assistance is standing by. Oh. Oh. Marko, ich muss da rein gehen. Bei mir ist auf jeden Fall auch einer. Tot. Ist wieder bei dir. Upsi. Magazin ist leer. Talk to Entry Team. Copy that Entry Team. Notify more. Ich weiß nicht mehr wieviel ich da jetzt Schuss drinnen hab, aber... Er halten, da siehst du's. Ich hab noch ein ganzes und... Ja. War angefangen, ja. Ah ja. Ich hab ein... Fast ein ganzes. Da fehlt eine Patrone im Magazin. So. Links hab ich eingetötet. Okay. Aufzug. Aufbau. Ja schon. Da ist niemand, aber da seh ich auch nicht, ob's weiter geht. Da ist Exit. Da oben. Ah. Ah ja. Also wir haben eigentlich jetzt nur die Waschräume, oder? Ich glaub ja. Da ist offen, gell? Zweite Tür ist auch offen. Talk to Entry Team. Ah, copy that Entry Team. Proceed with Mission. Oh, jetzt kannst du vorgehen. Das war's. Ja. Wow. Oh, das war super. Jetzt wird's gut gemacht. Das war teilweise sehr knapp, muss ich sagen. Das war teilweise sehr knapp, muss ich sagen.